Also. Wir waren, glaube ich, kurz davor. Kurz vorm Ziel. Kann ich jetzt eben mal eben schnell kaputt wichsen. So. Also die Energie wollte ich mir eigentlich theoretisch auch holen, aber ich lasse es jetzt einfach mal sein. So, dann machen wir ihn einfach so. Also jetzt bin ich zumindest schon mal... Es ist schon mal gut zu wissen, dass ich den Weg kenne. So. Und dass wir auch keine Notwendigkeit haben, irgendwas zu zerstören. An Gegnern. Ich bin ja mal da oben. Jetzt hat er aber früh gespawnt. Kann das sein? Okay, ich hab mich irgendwie da nochmal hingerettet. Hey, hüpf du mal. Ist ja alles okay. Ich habe nur rein, damit ihr getrunken könnt. Nein! Ach Gott, weil ich das Kackding nicht bewegt habe. Ich halte es nie aus. Also spawnen hier wieder keiner. Mir soll es egal sein. Gib mir erst mal mehr Ruhe. Ja, am Ende. Es kann aber ein bisschen tricky werden, tatsächlich. Ich habe da schon so eine Idee. Ich muss mir meine Fingerfertigkeit spielen lassen. Ich hoffe, ich kriege es hin. So. Zack. Oh. 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 Hier mal kurz. Ausharren. Halb so wild, halb so wild. Halb so wild. Das hat schon wieder keinen Doppelsprung gemacht, ne? Ich halte es nicht aus. Okay, das war jetzt anders als gedacht, aber ist egal. Was? Wo habe ich denn den Spiegel übersehen? Okay. Okay, da war noch ein Spiegel. Äh, ich muss ja kurz gucken, wo ich bin. Ach da. Brrrr, okay. Einfach normal machen. Bin da hoffen, dass das Kackding jetzt, äh, tot ist. Wobt er da auf ist. Der Portal. Gönn gack verbaut. Naja, jetzt ging das Tor gerade weg. Wie geil muss man das denn dann timen, bitteschön? Das ist ja mal dreist. Eine Stunde dreißig auf der Uhr, okay. Ich habe jetzt keinen krassen Stress, ne? Aber je länger ich aufnehme, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es asynchron wird, ne? Punkt A. Punkt B ist Hilfe. Uiuiui. Okay, 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 okay. Okay. Äh, ich verstehe es gerade wirklich nicht. Wie zum Teufel machst du... Blablababababababababab Chicken Tikka Masala. Was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder, ey. Oh. Aber wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Ey, so ohne Witz. Ich ralze nicht. Warum hat denn die eine Plattform Wie kann es denn sein, dass ich die beim ersten Mal Perfekt erwischt hab, aus Versehen Irgendwie, ne Und dass sonst irgendwie vom Rhythmus gar nicht mehr klappen kann Dass ich die bekomme Das kann doch kein Zufall sein, oder Das kann doch kein Zufall gewesen sein Beim ersten Mal Man scheint sich ja beide Plattformen zu bewegen Was schon echt kacke ist So Zack, zack Ich darf den einen Spiegel nicht vergessen Ich weiß nicht genau, wo der jetzt war Hilfe Äh Da oben ist er doch Fuck you Schön reingerannt bin ich da Schön reingerannt Mann Geht ihr mir auf den Sack, ihr Piss fressen So Okay Das Kamera drehen so lange Dauert Bis wir Warum machst du denn kein Doppelsprung, Mädchen? Was ist denn dein Problem? Och man, weil die wieder so mit einem halben Fuß Über dem Abgrund war Hat sie den ersten Sprung nicht gemacht Schrappnellbierne hier, ey Jo Ja, 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 okay Nein Mein Versuch macht klug, ne Oder wie heißt das so schön Jawoll Nur nicht töten lassen Nur nicht treffen lassen Nur nicht töten lassen Der Rest ist egal So Ich werde, wenn jetzt hier ein Boss gleich kommt Ehh Nochmal verrecken Warum nicht? Ich wollte schon sagen Ja, 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 ja Raus Raus Ja, das sieht nach letztem End Gehe ich nach aus Schön Holy shit Okay, 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 okay Der ist groß Äh, ja Ach, fuck Ja, Kameraperspektive Zum Glück kommen da nur zwei von Kann da gar nichts machen Kann da gar nichts machen Ähm Hier sind noch Kanonen drin Okay Leck mich am Arsch Also ich sehe auch gar keine Energieleistung Das ist das Problem Komm, verrecke Mann Oh, na gut, ich werde gleich sterben Einfach Einfach sterben Ja Ja, ist egal Okay, was ich hier machen muss Ist jetzt noch nicht so ganz bekannt Äh, also mir zumindest nicht Mal gucken, ob ich mit negativen Punkten auch aus dem Level herausgehen kann Das war jetzt erstmal in Ordnung, ne Kam jetzt, kam erst mal Feuerscheiße Genau die Sachen Ja, trotzdem noch nicht so gerallt, was ich jetzt hier machen muss, um ehrlich zu sein Aber so gar nicht, ne Außer, dass ich hier ein paar Gegner kaputt machen kann Natürlich Wespenviecher Mann So Aha Guck mal Man kann sie schlagen Warum Okay Da habe ich es noch nicht so ganz verstanden Kann die Kamera aber bitte Genau So ein bisschen in die Richtung von den Gegnern Wäre schon echt nett Oh Gott So So, guck mal, schon kaputt die Hand Okay Hä Ich weiß trotzdem, was ich tun soll Hände schlagen Okay Das war der Handschlag Aha Gleiches Spiel wie vorher Okay, die eine Hand ist schon mal weg Ist ja geil Also auf jeden Fall immer die andere Hand kaputt machen Weil die ist nerviger Wie mit dem Feuer Verstehe ich, wofür ich eigentlich die Wespen denn überhaupt brauche Weil die halten ja nicht so viel aus, die Hände Ach scheiße Ich bin dumm Guck mal, ich kann ihn einmal schlagen Aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? Tut mir leid, ich verstehe es nicht Okay Okay Ist es die da, die Hand? Wo war sie vorher auch schon da? Also der Boss ist irgendwie bisher Missverstanden von meiner Seite aus, befürchte ich What the fuck? Okay, jetzt hab ich ihn dreimal getroffen Ah, jetzt hab ich ihn treffen Wo auch immer Okay Okay Ja Muss ich erstmal nochmal lernen Was ich jetzt hier machen muss Stück für Stück Oh, Entschuldigung Also ich denke mal Ich muss ihn dann ja auch im Gesicht treffen Wahrscheinlich So Ab Mann, wieso trifft die mich denn? Lauf damit Okay Nödiger Kampf bisher Aber eigentlich auch nur aufgrund der Tatsache Weil ich am Anfang den Scheiß immer wieder machen muss Dreimal das Gesicht treffen Dann rastet der komplett aus Dann macht der jetzt mal seinen Feuerscheiß Komm, macht der Okay 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 Sieh, man muss ihn treffen Hier Hier Natürlich trifft mich dann noch einer Obwohl er schon tot ist Natürlich Klar, wie soll's auch anders sein Pisser Bei dem Aus Das Ausweich ist jetzt echt nicht das Problem Komm, mach Schwing Ich weiß halt nicht wo, ne Oh, das ist direkt zweimal treffen, ne Mega dreist Komm Komm, mach irgendwas Gutes Mann Komm Mir töte sie doch Ich hasse dich so Ich hasse dich so Unfassbar, ne Ich weiß nicht, was ich treffen muss Das ist jetzt noch ein bisschen schade Ja Ja, die Kamera Die spackt auch bei den Dingern voll rum Das ist echt kack gemacht Ja, jetzt fang ich wieder an Über das Spiel zu fluchen Zu Recht aber auch Achso, okay Ich glaub, ich weiß, was ich machen muss Muss wahrscheinlich die Säule nehmen Um halt irgendwie mit Hilfe Mit dessen Hilfe Irgendwie das Gesicht zu erreichen Oder so Aber ich hab's irgendwie trotzdem Nicht so ganz gereilt Ja, wie wieder tot, ne Hm, hm, hm Hm, hm Oh, er muss immer wieder In die erste Scheißstufe machen Ja, das wird darauf hinauslaufen Dass ich hier eine Pause Für mich machen werde Weil ich kann jetzt schon nicht mehr Ich kann wirklich nicht mehr Das war so eine anstrengende Aufnahme heute Das war so Achso, scheiße Das hab ich doch noch verkackt Nein, ja, ich hab's doch geschafft Sehr gut Fehlt mal von sterben Dankeschön Ach ja, genau Erstmal ausweichen Da war ja nur was So Es ist so dumm, dass ich ihn dreimal treffen muss, ne Ich kann auch so langsam mit dem Schwert umgehen Das ist so einfach stiller schlagen Wirklich Töti, 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 töti Voll das Eier legt So So, dritte Mal Irgendwas muss ich mit den Feuersäulen machen Echt Irgendwas, irgendwas Wir haben immer noch nicht gerade was Ich befürchte, wie gesagt, ne Weil der kommt ein Stück weiter raus Ich muss dann irgendwie damit an sein Gesicht rankommen Scheiße Alter Okay Tatsächlich Es ist so, wie ich befürchtet habe Ja, okay Ja, okay Man kann auch so eben wieder drankommen Ah, cool Guck mal Hat sogar funktioniert Ich werde wahnsinnig Ich sehe überhaupt nichts Mann, ey Ohne Scheiß Kann hier mal überhaupt irgendwas auch mal koordiniert laufen Ja, ne Offensichtlich nicht Es ist ausgeschlossen Ja Ne, komm Wir machen hier jetzt erstmal ein kleines Päuschen Ja, ich muss das schaffen Ich will das Level nicht nochmal machen Das war ein mega langes Level Ich mache hier jetzt aber erstmal einen Schnitt Vielleicht lasse ich auch einfach bis morgen früh Die Playsee an Vielleicht versuche ich nämlich nachher nochmal An dem End gehe ich nach Mal schauen Auf jeden Fall Hier ist erstmal Schicht Das war eine anstrengende Aufnahme Das Spiel hat mir eigentlich bisher wirklich Dann doch wieder sehr gut gefallen Äh, der Boss jetzt hier ist ein bisschen nervig Aber weil du einfach die Kamera so verkorkst Man kann das nicht koordiniert machen, ne Man kriegt von jeder Scheiße irgendwas ab Man kann nicht ausweichen Das ist nervig, wirklich Ne, und man schlägt, schlägt, schlägt Da passiert nichts Gegner sterben einfach nicht Weil das Schwert durchgeht Und das nervt hier gerade wieder extrem In dem Scheiß-Kurskampf Tut mir leid Kombo, echt Dann mit dem Doppelsprung In sein Gesicht einmal schlagen Da wäre es wahrscheinlich schon mal direkt ein Viertel weg Das ist ja Oder ein Fünftel von mir So, ist ja egal Da hätte ich wenigstens einen Fortschritt Aber so wie das jetzt hier gerade läuft Was ist das denn? Ich meine, ihr seht's ja Ich hab keine Kontrolle über irgendwas Außer über meinen Charakter Aber die ist ja Die Weichei-Frau Ist ja auch immer Erstmal fünf Jahre lang Am Regenerieren Wenn sie einmal getroffen werden Das nervt einen Das ist so Och Gott Das tut richtig weh Aber egal Wir schaffen's Wir schaffen's Ich werd diesen Pisser Auf jeden Fall In die Fresse hauen Aber nicht jetzt Sondern später Gut, ja Ich hoffe trotzdem Dass euch die Aufnahme gefallen hat Und, äh, ja Sehen wir uns dann vielleicht Dann auch beim finalen Part Wahrscheinlich wieder Weil ich, wie gesagt Zwölf Versionen sollte es geben Ähm Und das scheint für mich Der letzte Bosskampf zu sein Ein fettes Viech Auf jeden Fall Und sogar mit Mit mehreren Stufen Zwei Stufen zumindest Und ich hoffe der hat keine dritte Ich hoffe es geht einfach so weiter Und das wär so schön Aber egal Warten wir mal ab Gut, also dann haut rein Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss